Ich habe mich geschämt für den UNO-Sicherheitsrat. Ich habe mir die Abstimmung angeschaut, als der Antrag behandelt wurde, wo die Russen gesagt haben, wir möchten, dass der UNO-Sicherheitsrat die Aufklärung dieses Attentats an die Hand nimmt. Und was dann passiert ist im UNO-Sicherheitsrat, als da der Sitzungsleiter gefragt hat, wer ist dafür, dann sind ein paar müde, vielleicht vier Hände hochgegangen, als er gefragt hat, wer ist dagegen, wer möchte nicht, dass diese Straftat aufgeklärt wird durch den UNO-Sicherheitsrat, dann sind alle Hände nach oben gegangen. Ich meine, in diesem Moment hat sich die UNO abgeschafft und damit auch die deutsche Regierung, die dabei mitmacht, ein Kanzler Scholz, eine Baerbock, ein Habeck, ein Lindner, niemand hat etwas gesagt, sie werden von Politikern regiert, die Deutschland aufgegeben haben. Die Draft Resolution Vielen Dank.